Dieses Video erläutert den Leiterabschluss an selbstregulierenden Heizkabeln mit dem Chromalox-Abschlussset UPC. Das Chromalox-Abschlussset UPC enthält die Abschlusskomponenten für alle elektrischen Anschlüsse. Der Teilesatz enthält alle benötigten Teile zum Anschluss eines selbstregulierenden oder Konstantleistungsheizkabels an einem Rohr. Anschlusskasten, Montagefuß, Verschraubung, Gegenmutter, Silikonmuffe, O-Ring, RTV-Kleber, schwarze Tülle für selbstregulierendes Kabel und orangene Tülle für Konstantleistungskabel. Stellen Sie anhand der Maße des UPC-Sets sicher, dass genügend Platz für seine Installation vorhanden ist. Zur Montage des UPC-Anschlusssets brauchen Sie diese Werkzeuge. Vor Beginn der Maßnahme muss die Stromzufuhr abgeschaltet und die vorschriftsmäßige Erdung der Anlage sichergestellt werden. Auch vor dem Abnehmen des Kastendeckels nicht vergessen, den Strom abzuschalten. Legen Sie zur Installation von Chromalox-Begleitheizungsprodukten stets die vorgesehene Personenschutzausrüstung an und halten Sie alle geltenden Sicherheitsvorschriften ein. Beginnen wir mit dem Arbeitsgang. Das Heizkabel ist bereits ordnungsgemäß am Rohr befestigt. Tragen Sie großzügig ATV-Kleber auf die freiliegenden Kabelschnittflächen und Leiter auf. Schieben Sie nun die Silikonmuffe über das Heizkabel. Hilfreiche Tipps zur Kabelvorbereitung finden Sie im entsprechenden Anleitungsvideo für Montagesets der Serie U für selbstregulierende Heizkabel auf chromalox.de. Nachdem Sie die Silikonmuffe angebracht haben, entfernen Sie die schwarze Isolation von den beiden Leiterenden, sodass sie oberhalb der Tülle nicht mehr sichtbar ist. Wenn der Leiter mehr als 7 mm aus der Tülle herausragt, steigen Sie die Leiterenden zurück, sodass nur 7 mm hervorstehen. Schieben Sie jetzt die Verschraubung über das Kabel. Drücken Sie die Tülle in den Montagefuß hinein. Die Abschlussmuffe muss 13 mm von der Tülle entfernt sein. Jetzt können Sie den Anschlusskasten auf der Verschraubung anbringen. Legen Sie zunächst den O-Ring um das Gewinde der Verschraubung. Setzen Sie dann das größere Loch am Boden des Anschlusskastens auf die Verschraubung auf. Ziehen Sie die Gegenmutter fest, sodass der Kasten am Kragen der Verschraubung anliegt. Befestigen Sie einen separat beschafften 19 mm Verteiler-Klemmenblock. Öffnen Sie die Klemmen jeweils mit einem Schlitzschraubendreher, den Sie in das quadratische Loch im Klemmenblock einführen. Elektrische Anschlüsse werden nach dem folgenden Schemata vorgenommen. Wenn die Gegenmutter festgeschraubt und die Leiter sicher an den Klemmen angeschlossen sind, setzen Sie den Deckel auf den Anschlusskasten auf und befestigen ihn mit den Schrauben. Damit ist die Installation abgeschlossen. Weitere Informationen zum UPC-Anschlussset oder zu anderen Chromalox-Produkten finden Sie im Internet auf chromalox.de.